Wer bin ich? Ich bin alt. Ich bin abgemagert. Mein Körper ist bleich. Jedoch spüre ich ihn nicht. Er ist in dunklen, zerrissenen Stoff gehüllt. Meine Füße kann ich auch nicht spüren. Es fühlt sich an, als würde ich durch den Alltag schweben. Mein Leben ist leer. Ich schlafe seit Jahrhunderten nicht. Alles, was ich kann, ist Leid und Trauer über die Welt bringen. Auch wenn ich es nicht will. Viele Leute hassen mich, genauso viele fürchten mich. Wohin ich komme, verletze ich Menschen. Und deshalb bin ich allein. Seit ich denken kann, bin ich allein. Manche erlöse ich. Aber warum erlöst niemand mich? Warum muss ich so sein? Ich bin ein Monster. Wer bin ich? Was bin ich? Ich bin ein Monster. Wer bin ich? Untertitelung. BR 2018